Und damit herzlich willkommen zurück zu Timesia, hier ist euer Pest-Doktor SpookyVF und heute krallen wir uns den Boss und fangen auch direkt an im Gegensatz zu der letzten Folge. Wir haben ja knapp verloren, sag ich mal. Und jetzt, heute, muss sein Kopf rollen. Ich hab ja auch dieses Talent Energieklaue 2, äh, kurze Klaue 2. Und das ist beim, beim Buff, das von 5 Stapeln, äh, Offensiv-Buff, kriegen wir Lebensenergie zurück. Bei unseren Angriffen. Was auch nicht zu verachten ist. So. Let's go, Bossfight. Ich muss ein bisschen konzentrierter ausweichen. Ah, ja, super, fängt ja klasse an. Und da seht ihr, wir kriegen auch, ähm, Buffs, wenn wir ihn hier mit diesen Krallen angreifen. Jetzt sollten wir ein bisschen Lebensenergie immer mit jedem Hit zurückbekommen, solange wir diesen 5-Fart-Buff haben. Und das kann uns eben auch am Leben halten, ne? Scheiße, abklingt zeitbar noch am Laufen. Verdammt. Oh, nein, 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 nein. Ich muss heilen, jetzt. Einfach nicht doch noch, ehrlich, die Sau. Ich dachte gerade, ich wäre tot, ey. Halt, nein, nein. Fall doch rum, jetzt. Wir müssen wieder mit einem Heilbrang zurechtkommen, weil ich muss jetzt noch einen holen, sonst bin ich gleich hinüber. Und hier können wir uns so unsichtbar bewegen, ne? So wie er, quasi mit dem... Mit seinem Skill. Warum habe ich keine Buffs mehr? Ich bin hier so schnell weg. Scheiße. Hey, komm. Er ist wohl nicht ohne, ne? Nein! Shit, ey. Er hat den Charge-Move gemacht. Den Arsch-Charge-Move. Ah, ich bräuchte eine Heilung mehr oder so. Dann wäre es gut, ey. Dann würden wir es locker schaffen. Oder ich muss eben doch ein bisschen... Also dieser erste Kampf ist echt schon krank. Ich fand... Nach hinten raus fand ich das Game irgendwie ein bisschen leichter, bis auf ein paar Momente, als diesen Kampf hier. Dieser Kampf, gerade am Anfang, wo man noch nicht so viel hat, ist schon... Ja. Und ihr seht, man kann auch ausweichen und der trifft dann trotzdem, ne? Was? Ja, hat mir gar keine Zeit gelassen, anzugreifen. Jetzt hält er sich auch noch mal ein bisschen die Sau. Oh, fuck. Das ist ja vielleicht ein bisschen blöd gelaufen gerade. Jetzt haben wir noch zwei Heiltränke. Sind wir ein klein bisschen besser als in der letzten Runde. Nein, was ist denn das? Oh Gott. Ja, teuer. Ah, trifft mich doch nicht so oft, Mann. Ah, jetzt ist ganz schlecht gelaufen, diese Runde bis jetzt. Jetzt muss ich wieder den letzten Heiltränke holen. Das war auch wieder schlecht. Mehr schlecht als recht. Was? Warum macht der noch einen Angriff danach, Mann? Sprungangriff? Nice. Das ist ein roter Angriff. Da mussten wir eigentlich aus der Reichweite rauslaufen. Nein. Oh Gott. Den hatte ich noch nie gesehen von ihm. Den hat er bei mir nie gemacht, ne? Oh Gott. Den habe ich echt nicht... Ich habe gedacht, wir hätten ihn überlebt, aber dann ist er noch explodiert. Da müssen wir... Da können wir nichts machen, außer aus der Reichweite laufen. Das ist das, worüber wir die Info bekommen haben. Weil es war das erste Mal beim Bossoren hier. Aber das gibt es ja nicht. Der fordert mich heute, aber ich bin schon wieder nass geschwitzt hier. Dieser Kampf ist echt... Gar nicht mal so ohne. Wie gesagt, mit einem Heiltrank mehr wäre das Ganze kein Thema. Irgendwie ist alles noch nicht so rosig. Da fehlen noch ein paar Skills. Dann ist der nachher sowieso leichter. Ich habe den geschafft, ohne mich zu heilen, glaube ich. Da habe ich die Trophy gemacht, um den Boss zu beziehen, ohne mich zu heilen. Das war, glaube ich, bei ihm. Der einfachste dafür ist. Na ja, oh, na ja, nicht unbedingt der einfachste. Oh, das hier war bis jetzt ein richtig guter Kampf, ne? Aua. Warum sagt er, das kriegt er schon wieder auf die Fresse? Ja, nice. Das war jetzt auch ohne Heiltrank. Also jetzt, jetzt, jetzt oder nie, Mann, ey. Jetzt werden wir eh zuerst so weggeweht hier. Nein. Warum macht er das jetzt? Komm, wirf doch mal was. Nee, ich muss mich heilen. Mal um ihn rum tänseln, ist das Beste, was er macht. Ja. Also, ihr werdet zweimal getroffen hier. Ich heile mich jetzt trotzdem einfach. Auch wenn es noch relativ gut aussieht. Wir wollen nichts riskieren. Nicht, dass er wieder seinen Psycho-Attack gemacht. Oder eine heftige Kombo, ne? Ihr seht's ja, der hört ja nicht mehr auf mit seinem Kombo-Gedänse. Nein! Ich wollte gerade noch den Sprungangriff vorbereiten. Oh, jetzt macht er diesen Scheiß. Gut. Wir sind ihm umgangen. Oh, ich kann gar nicht die Energieklinge machen. Ich denke gerade, warum macht er die nicht? Jetzt wird's nochmal eng. Muss ihn halt auch mal angreifen, ne? Oh, er ist gerade am Ausrasten, ey. Komm, jetzt aber. Ja! Mann. Nice. Mir läuft die Brühe den Buckel runter, Leute, Alter. Herz von Uldur. Vergessene Feder. Und den Pesthauch. Und Salbei. Als Zutat. Uff. Alter Schwede. Mir ist so Bock heiß gerade. Heiliger. Sonst ist nichts geschehen. Jetzt können wir überlegen, wenn wir sagen, doch, es gibt da etwas, an das ich mich nicht erinnern kann. Können wir weitermachen. Oder nein, das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Und dann ist die Erinnerung erstmal zu Ende. Alter Schwede. Heftig. Heftig. Hügel des Philosophen. Ja. Gehen wir nochmal zurück. Und da chillen wir gerade mal einen ab. Ich mach mal den Vendilator ein klein bisschen an. Das ist wirklich scheiße. Das geht so nicht. Das halte ich noch nicht mehr. Nicht mehr lange durch. Gott sei Dank. Langanhaltender Trank. Du besitzt nur einen langanhaltenden Trank. Kann im Trankmenü ausgerüstet werden. Längere Nutzungsdauer von Tränken. Heilung erfolgt über einen gewissen Zeitraum hinweg. 150% Heilungseffektivität. Also mit dem könnt ihr euch mehr heilen als mit dem anderen. Die Sache ist halt nur, dieser Trank, den injiziert man sich und dann dauert es eine Zeit lang, bis er heilt und es geht Stück für Stück hoch. Also so ein schleppender Prozess. Und ich finde das nicht so geil. Also ich finde den anderen besser. Den ersten Trank finde ich eigentlich den besten, den wir haben. Und deswegen werden wir auch mit dem weiterspielen. Okay. Jetzt müsste eigentlich irgendwo auch eine neue Erinnerung, glaube ich, liegen. Die noch nicht da war vorher. Ich bin mir aber nicht sicher. Ob das wirklich so ist oder ob ich die einfach nur nicht gefunden habe. Vorher. Normalerweise war die hier, glaube ich. Da ist sie. Verwandlungsexperiment, Bericht 01. Dieser Bericht ist ein Produkt der Alchemie. Nur jene mit ausreichend Verständnis können seine Bedeutung erkennen. Ja. Und das sind so Berichte, die man entweder mit ihr besprechen kann oder eben mit Esmeralda. Bist du bereit, dich zu erinnern? So, jetzt können wir verschiedene Sachen machen. Jetzt können wir ihr nämlich Gegenstände auch zeigen. Hier den Verwandlungsbericht zum Beispiel und das schwarze Herz des Odor. Die Verwandlenden sind einzigartige Wesen. Wir nutzen Alchemie, um den Infizierten ein neues Leben zu verschaffen. Doch alles hat seinen Preis. Manchmal frage ich mich jedoch, woher du kommst. Was warst du früher einmal? Als die Lehrerin dich hierher brachte, wollte sie es mir nicht sagen. Sie meinte, dass die Forscher ihren Experimenten nicht zu nahe kommen sollten. Und da kriegen wir auch eine Erinnerungsstufe 2. Da ist so eine Memories auf Tasche. Und jetzt fragen wir sie noch nach dem schwarzen Herz von Odor. Das stammt von Odor? Das ist wirklich seltsam. Da Odor der Direktor des Zirkus ist, erhielt er große Mengen an reinem Blut. Doch warum ist da Schwarzblut auf seinem Körper? Hm, hier stimmt etwas nicht. Ich glaube, du musst zurück ins Nachenmeer. Suche dort nach weiteren Informationen. So, jetzt können wir erstmal Seelen drohend gehen und nochmal hier aufleveln. Und zwar gehe ich jetzt mal noch eine auf solche. Machen wir das alles mal so, dass es wenigstens so ist. Und jetzt werden wir die Vitalität zur Richtung 10 bringen. Wahrscheinlich erstmal. Talent. Talent, hab ich keins. Nach einer Hinrichtung Energiemenge zu erhöhen ist auch nicht schlecht. Und wenn Feinde mit einem Säbelangriff getroffen werden, wird Energie freigesetzt. Das ist natürlich auch nicht schlecht, weil wir brauchen ja Energie, um unsere Seuchenwaffen zu nutzen. Ein Corpus mit Clown? Ja genau, das will ich auch, weil da kriegen wir auch Energie und zwar jede Menge. Ja genau, die brauchen wir auch. Ansonsten wäre es noch ein bisschen was an Strategie. Das wäre hier noch ein bisschen, ja. Irgendwann hört es auch auf, da kriegen wir einfach keine Attributpunkte mehr. Ich weiß nicht, ob dieses ganze System ein bisschen kaputt ist mit diesen Attributpunkten. Ja, das hier mit einem Säbel, das würde ich auch noch gerne machen, weil mit einem Säbel noch Energie zu generieren ist natürlich auch gut. Ähm, nämlich das Problem ist, irgendwie hat er ja am Anfang gestanden, bei jedem 25. Punkt, äh, Dings gibt es einen Talentpunkt oder so. Und irgendwann kannst du nur noch leveln und hast aber schon alle Skillpunkte voll. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist. Bin ich mal nicht sicher. Ist aber auch nicht so schlimm. Stört eigentlich gar nicht mal so sehr. So, diesen Drang, den haben wir neu. Den könnten wir jetzt aufwerten, möchte ich aber gar nicht. Den können wir wahrscheinlich nicht aufwerten, weil alles kostet jetzt auch mehr. Ja, wir brauchen jetzt nämlich zwei, ähm, Alchemieverstärker zum Aufwerten. Sollte aber kein Problem sein, kriegen wir bald. Ja, komm, ich gehe hier drauf und gucke mir alles an, dann ist es gut. Das Ausrufezeichen ist immer noch da. Warum ist denn das noch da? Muss ich den ausrüsten dafür oder was? Nee, dann lasse ich es einfach da, ist mir egal. So, Corvus, bist du bereit, dich zu erinnern? Erinnerungsprozess fortsetzen. Wir gehen nochmal nicht in den Königlichen Garten, wir gehen nochmal ins Bäume mehr oder nach dem Meer, wie sie es gesagt hat, und machen mal neben Quest 1 und 2, ne? Suche nach Odors Bautagebuch und Bäume mehr neben Quest 1 zerstöre alle Zysten. Weil wir können uns hier nochmal stärken, bevor wir in... in die zweite Welt gehen. Ähm... Und das werden wir auch tun. Die Zysten, die kennen wir ja schon. So, den brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Oder doch, den muss ich auch entzünden, hat das erzählt. Wir werden hier ja eh am Spawn gespawnt, wahrscheinlich, wenn wir drauf gehen würden, und dann wäre es ja auch egal. So, das war jetzt am Anfang, glaube ich, ein bisschen tricky. Achso, da ist noch das Zirkuszelt. Stimmt. Weil da haben wir hinten nochmal unsere Kollegin. Dann noch eine solche Waffe auf die Tasche, hole ich das gerne mit. Und dann haben wir hier direkt mal unsere solche Waffe rein. Dann auch die noch. Ja, ich habe den Sprung geschafft. Geil. Der Sprung ist echt gut. Das gefällt mir besser als die Federn. Ich hoffe, wie gesagt. Ah! Diesmal habe ich ihn gefehlt. Dafür ist er jetzt zuck. Und wir saugen es richtig aus hier. Batsch! Und da haben wir nochmal den Alchemie-Verstärker. Oh, wir haben gar keine Dolche von hier bekommen. Fliegende Dolche. Das ist ja mies. So, oder Schwarzblut-Notizbuch haben wir. Die Leute sagen alle, es wären Monster ausgeburten der Seuche. Doch sie liegen alle falsch. Die sogenannten Monster besitzen eine Macht und Lebenskraft, die jene der Menschen bei Weitem übersteigt. Sie repräsentieren die nächste Entwicklungsstufe der menschlichen Evolution. Doch um dieses Ziel zu erreichen, brauche ich mir Schwarzblut. Alles davon. Okay, er hat halt so andere Pläne. Ah, da sind die Dolche. Gut. Okay. Ich nehme alles zurück. Sorry. So. Die haben wir besiegt. Jetzt chillen wir mal am Drohnen. Und können sogar nochmal die Waffe verbessern. Zack. Und Tränke können wir ja jetzt auch verbessern. Dann machen wir die mal aufwerten. Und zwar einfach mal erstmal an der Menge. Weil mit 5 fühle ich mich wohler als mit 4. So. Und jetzt Vielen Dank.